Hi Leute, hier sind wir wieder, Jan und Maxi. In diesem Video nehme ich diese zwei Sachen. Und fahr damit über den Berggrüber. So Leute, jetzt sind Jan und ich, jeder nimmt ein Skateboard und jeder nimmt ein Waveboard. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den Hügeln. Weil da ein bisschen weiter weg ist, fahren wir damit ein Waveboard hin. Also, naja, wir sind schon auf dem Weg jetzt und Jan, der läuft lieber. Aber ich hoffe, der steckt gleich nochmal auf, sonst kommen wir ein bisschen später. Dann können wir heute nicht so viele Videos zusammenschneiden. Weil er hat sich eben schon einmal gemauelt. Und dann habe ich gesagt, dass ich das Film hätten müssen. Was auch immer? Boah, hab ich heute geiles Deutsch drauf, ne? Ähm, aber, ja. Jetzt kommt ein Auto, ich muss kurz stoppen. So, das Auto ist weg. Jan und ich sind jetzt schon hier. Da ist Jan. Und, ja. Wir fahren dann jetzt. Es ist noch ein paar Meter. Wir fahren jetzt geradeaus weiter. Kommen ein paar Kurven. Und dann, wenn wir eine Kurve nehmen, dann sind wir da. So, Leute. Ich zeig euch jetzt mal noch einen Ausschnitt. Ja, Jan ist da. Da hinten waren wir vorhin eben. Hier sind wir hier. Eben waren da so ein paar dumme Pisser. Die haben gefragt, wofür man sonst ein Skateboard braucht. Könnt ihr ja sehen, wenn wir das Video gemacht haben. Ich hoffe, euch gefällt es. Wir testen später noch, wie stabil das Skateboard ist. Und, ja. Aber erst, wenn wir das Video gemacht haben. Sonst geht es noch kaputt und dann können wir nicht mehr. Ähm, es ist jetzt ungefähr 17 Uhr. Ich hoffe, wir können gleich noch ein Video drehen. Weil, wenn ihr 100 Aufrufe auf ein Video von uns habt, habe ich euch ja versprochen, dass wir noch ein Video hochladen. Das machen wir dann jetzt mal. Wir sind jetzt schon da. Ja, wir sind jetzt am Berg angekommen. Jan, fährt jetzt! Moment. Ich stelle mich jetzt nach oben. Und Jan fährt dann runter im Stehen. Ich hoffe, es passiert hier nichts. Aber geht schon. Da. Dann müssen wir mal. Guck, jetzt siehst du mal, wie scheiße das ist. Was? Ja. Krass. Okay, Leute. Es geht ab. Und los. Ich habe eine bessere Idee. Es geht los. Ich fahre mit Red Sport. Das ist der Hit. Ja! Oh ja! Man sieht das nur so gut an. Hi Leute, hier sind wir wieder. Max und... Jan. Ja, Jan ist jetzt oben da. Auf dieses Dreh-Tandteil-Ding. Und er hat einen Mini-Skate-Bot in der Hand. Das wird er jetzt gleich runterwerfen, weil ich filme ihn dabei. Ja, wach! Ja, das war noch gar nicht. Aber ich hau das Teil jetzt kaputt, indem ich es gegen Jan werfe. Okay. Ih, da ist ja Blut dran. Achso, mein Blut. Ist ja nicht so schlimm. Immer noch nicht schrott. Jetzt! Oh, der ist ein Rad abgeschlagen. Jan, du hast ein Rad abgeworfen. Zwei Räder. Ja! Hast du dem schon das andere Rad gegeben? Welches andere Rad? Das wird abgebrochen sein. Weiß ich nicht. Nein! Ich werde jetzt mit diesem Skateboard da runter springen. Schwingst du? Schwing! Machst du? ! Schwingst mich. Jetzt! Oh! Ach! Außer dein Kopf! Und deine Brille! Mach! Max, mach doch! Max, mach doch! Wie geil! Normal! Aber nicht suchen! Hier! Guck nach vorne! Guck auf einen Teil! Jeder weg! Du bist dran! Spring! Dein Ernst? Vielleicht kracht das ein! Was? Welche wir haben? Was? Welche? Nein! Du hast wenigstens gefragt, aber der nimmt dir einfach! Max, halt doch deine Fresse auf! Das ist voll stabil! Das kann ich! Stell dich mal drauf! Stell dich drauf! Ich springe drauf! Nein! Ja! Stell dich da drauf! So! Mit einem Fuß! Spring mit deinem Garten! Warte, 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 warte! Mach sie das! Nein! Jetzt film! Boah, das ist gar kaputt! Boah, ich hab schon gedacht, du willst mich schlagen! Ciao! Loseres! 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 Loser! Vielen Dank.